Ich bin Lauren Wilpolz, die Autorin von Vegan Love, ein Kochbuch und Ratgeber für Schwangerschaft, Stillzeit, Babys und Kleinkinder. Meine anfängliche Unsicherheit nahm mit jedem Stück Wissen ab, das ich mir einverleibte. Den Entscheid, mein Kind vegan zu ernähren, traf ich schliesslich nach gründlichen Recherchen und vielen Gesprächen. Ich verschlang Bücher zum Thema vegane Schwangerschaft, grauste das Internet nach Studien ab und holte Rat bei ärztlichen Fachpersonen. Drei in der Schweiz tätige Ernährungsexperten und Expertinnen kommen in diesem Buch zum Schluss, dass Kinder mit veganer Ernährung gut wachsen und gedeihen können. 80 Rezepte für eine ausgewogene, vegane Ernährung.